Die beiden Belagerungen von Amida fanden im Jahr 359 und von 502 bis 505 im Zusammenhang der Kämpfe zwischen den Römern und den persischen Sassaniden statt. Der Ablauf der ersten Schlacht wurde von dem spätantiken Geschichtsschreiber Amianus Marcellinus der selbst in Amida anwesend war, detailliert beschrieben. Für die zweite Belagerung sind Prokopius von Caesarea, Joshua's Teilides und die Chronik des Zacharias von Mytilene die wichtigsten Quellen. Die Belagerung von 359, seitdem der Sassanidenkönig Schapur II selbst die Regierung übernommen hatte, war es sein erklärtes Ziel, die ehemals persischen Gebiete und Städte, die unter seinem Vorgänger Nasee im Frieden von Nisi bis an die Römer verloren worden waren, wieder zurück zu erobern. Seit den späten 330er Jahren wurde mit Unterbrechungen Krieg geführt. Nachdem Schapur die Araber im Süden seines Reiches geschlagen hatte, wandte er sich zunächst den als Nomaden lebenden Chioniten im Osten seines Reiches zu, die er in langjährigen Auseinandersetzungen schließlich besiegen bzw. eine Übereinkunft erzielen konnte. Nachdem die Sassaniden Frieden mit den Chioniten geschlossen hatten, marschierte Schapur mit dem chionitischen König Grumbates und chionitischen Hilfstruppen im Gefolge nach Westen und begann eine erneute Invasion des römischen Mesopotamiens. Der neue Krieg gegen die Römer unter Kaiser Konstantius II. begann im Jahr 359, da ein direkter Angriff auf das gut organisierte römische Verteidigungssystem an der Grenze und insbesondere auf die Schlüsselfestung Nisi bis wenig erfolgversprechend erschien, griff Schapur die strategisch wichtige aber bislang kaum umkämpfte Stadt Armida an. Allerdings war der Ort von den Römern unlängst extrem stark befestigt worden. Unter anderem hatte man starke Artillerie auf den Türmen der Mauern positioniert. Und über das war die Garnison der Stadt, die Legio V-Paltike, angesichts der heranrückenden Perser noch rasch durch sechs weitere Legionen verstärkt worden. Diese stammten aus Gallien und waren an die Perser von Straf versetzt worden, da sie dem Usopator Manientius gedient hatten. Schapur schwankte angesichts der unerwarteten Stärke der Befestigungen zunächst, ob er die Stadt attackieren solle. Als allerdings der einzige Sohn des mit den Perser verbündeten Chioniten-Königs von einem römischen Schützen getötet wurde, entschloss man sich zum Angriff. Auf persischer Seite kamen dabei auch Kriegselefanten und Belagerungsmaschinen zum Einsatz. Letztere stammten teilweise aus römischen Beständen und waren den Perser einige Zeit zuvor in Singara in die Hände gefallen. Die 73 Tage dauernde Belagerung der Stadt, die von sieben Legionen mit Samthilfstruppen geschützt wurde, erwies sich für Schapur als sehr verlustreich. Die Belagerung wurde von dem bedeutenden römischen Geschichtsschreiber Amianus Marcellinus eingehend geschildert, der selbst als Soldat in Amida anwesend war. Schapur versuchte mehrmals, mit seiner angeblich 100.000 Mann starken Armee die Mauern der Stadt mithilfe von Belagerungsstürmen und aus Erde errichteten Rampen zu stürmen. Den Römern gelang es jedoch immer wieder, die teilweise mit Eisen gepanzerten und Ballisten versehenen Türme in Brand zu schießen und die Erdarbeiten immer wieder durch Ausfälle zu unterbrechen. Auch konnten Minierungsarbeiten seitens der Sassaniden durch römische Truppen unterbunden werden. Die Belagerer verzeichneten zunehmend hohe Verluste, während der Belagerung brachen aber zudem solchen in der Stadt aus, welche die Verteidiger zusätzlich dezimierten und erst durch plötzlich eintretenden Regen verschwanden. Schließlich konnten die Stadtmauern in der Nacht des 72 Tages mithilfe von Belagerungsstürmen und durch den erneuten Einsatz von Ballisten erobert werden. Amianus konnte gemeinsam mit einigen Begleitern entkommen. Nachdem die Stadt von Schapur erobert worden war, wandte sich dieser weiteren Grenzbefestigungen zu und eroberte unter anderem nochmals die Stadt Singara. Der kommandierende römische General Ursizinus wurde nach dem Verlust der Stadt abgelöst. Dennoch hat die Belagerung Amidas den persischen Vormarsch lange genug aufhalten können, sodass Schapur bei weitem nicht alle Ziele erreichen konnte. Der römische Gegenschlag erfolgte 363 unter Kaiser Julian, doch endete dieser in einer Katastrophe. Die zweite Belagerung Amida fiel nicht dauerhaft in persische Hand, sondern war auch in der Folgezeit eine der wichtigsten römischen Festungen im Orient. Im Herbst 502 fiel der Sassanidenkönig Kavad I. mit einem großen Heer überraschend in das Imperium Romanum ein und beendete damit eine längere Friedenszeit. Im Oktober erreichte er Amida und begann unverzüglich mit der Belagerung der Stadt, in der der kaiserliche Stadthalter Cyrus das Kommando führte. Wieder kamen Kriegsmaschinen und Belagerungsrampen zum Einsatz. Zunächst konnten die römischen Truppen die persischen Angriffe abwehren und Kavad hatte bereits angeboten, sich gegen ein geringes Lösegeld zurückzuziehen. Als es seinen Männern im Januar 503 gelang, einen schlecht bewachten Turm der westlichen Stadtmauer nahe dem Trip Pügen im Handstreich zu nehmen. Laut Prokopius und Zacharias war dieser Turm einer Gruppe von München zur Bewachung übertragen worden, die sich aber anlässlich eines christlichen Feiertages betrunken hatten und eingeschlafen waren. Persische Aufklärer bemerkten dies, erklommen den Turm und erschlugen die Münche, danach riefen sie Verstärkung. Cyrus wurde beim Versuch den Turm zurückzuerobern, durch einen Pfeilschuss schwer verwundet und fiel als Kommandeur aus. Die sassanidischen Truppen konnten nun weitere Türme und im Laufe des Tages auch eines der Tore erobern. Die Stadt fiel in der Folge an die Angreifer und wurde drei Tage lang geplündert, aber nicht zerstört. Kavad plante diesmal Amida dauerhaft zu besetzen und legte ein starkes Truppenkontingent in die Festung, bevor er abzog. Zuvor gewährte er seinen Truppen ihre Bitte, die Besatzung der Stadt für ihren hartnäckigen Widerstand zu bestrafen. Indem jeder zehnte Mann getötet wurde, eine Praxis, die an die alte römische Militärstrafe der Dezimation erinnert. Die dritte Belagerung Ab 503 belagerten daraufhin die Truppen des oströmischen Kaisers Anastasius Amida. Es gelang ihnen, den Ort völlig von der Außenwelt abzuschneiden, sodass es zu Seuchen und einer schweren Hungersnot kam. Die Quellen berichten sogar von Kannibalismus. Die Einwohner der Stadt, denen die Perser nichts von ihren knappen Vorräten abgaben, hätten schließlich Verhungerte mit Bürger verspeist. Obwohl die Römer Glons den persischen Kommandeur in einem Hinterhalt töten konnten, vermochten sie es dennoch nicht, Amida gewaltsam einzunehmen. Glons Sohn folgte seinem Vater als Befehlshaber nach. 506 schließlich zahlte der kaiserliche Magister Officer Rumseller den ausgehungerten Perser 1100 Pfund Gold, die im Gegenzug Amida räumten und freien Abzug erhielten. In den Folgejahren ließ der Kaiser die Befestigungen der Stadt nochmals verstärken, sodass sie erst ein Jahrhundert später erneut erobert werden konnte. Siehe auch, römisch-persische Kriege, Belege, zur Invasion siehe Roger C. Blockley, Amianus Marcellinus on the Persian Invasion of H. D. 359, in Phoenix, B.D. 42, Nr. 3. 1988, 244 zu 260, Dei 10,2307, 1.088.346. Amian 19,19.